Was hast du denn? So, dreimal durch Piraten. Bluetooth-Kopfhörer. Schleife für Telefon. Leo ist raus. Also, die richtige Antwort ist Bluetooth-Kopfhörer. Was auf der IFA vorgestellt wurde, und zwar ein Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear von Teufel, der mir sehr gut gefällt. Ich habe den jetzt seit knapp zwei Wochen im Einsatz. Ich habe den ein bisschen so früher von Teufel geschickt bekommen, und zwar ist es der Real Blue. Und hat, Vorsicht, festhalten, kein Noise-Canceling. Wurde tatsächlich auch ab und zu mal gefragt, sag mal, hast du was ohne Noise-Canceling? Da hatte ich ja bisher den Jabber Move, was ein ordentlicher On-Ear-Kopfhörer war, der ordentlich klingt, relativ leicht ist, und auch angenehm auf den Ohren war. Dann hatte ich zum Beispiel den August EP650, der relativ günstig war, und trotzdem dafür nicht so schlecht war. Und da reiht sich jetzt der Teufel Real Blue ein, allerdings noch mal auf einer ein bisschen anderen Stufe als die anderen, weil er kann tatsächlich was. Gleich eins vorneweg, der Real Blue macht mehr Bass, als das in einem normalen Frequenzgang sein müsste, aber nicht so viel, dass es ätzend wird. Tatsächlich, also, das ist das ist noch kein Beats. Und der ist so zwischen neutral und Beats irgendwo zwischendrin, und das funktioniert für die meiste Musik, funktioniert das tatsächlich relativ gut. Und obwohl er mehr Bass hat und nur einen Treiber hat, habe ich es nicht geschafft, den ihn, während er gleichzeitig Bass und Töne hat, irgendwie zum Klären zu bringen. Und das finde ich ganz, ganz gut. Und das, obwohl er auch relativ laut geht, ist nicht so riesig. also er geht gerade über meine Ohren drüber, ich weiß jetzt nicht, wenn man ein bisschen größere Ohren hat, könnte das ein bisschen schwieriger werden. Ich finde, er sitzt wahnsinnig angenehm und er klingt einfach gut. Und ja, damit ist man eigentlich auch schon irgendwie schon am Ende angekommen, dessen, was man von so einem Kopfhörer haben möchte. Klingt gut, sitzt gut, lässt sich zusammenklappen. Also man kann die Hörmuscheln zur Seite, also unten, in die Mitte wegklappen. Dadurch wird er ein bisschen kompakter. Und da kommen wir zu einem der Negativ, in Anführungszeichen Negativpunkte, der kommt mit dem Standard-Teufel-Case. Das ist Case, das von hinten so aussieht, als wäre ein Arsch dran. Und dieses Case ist riesenhaft. Das beschützt den Kopfhörer sehr, sehr gut, aber es nimmt halt die, also das ist halt natürlich das Standard-Case. Ich meine, da baut halt Kopfhörer 100.000 Stück von und dann stecken sie alle Kopfhörer rein, die halt da reinpassen. Und der passt halt da auch rein. Ist halt schade, weil sie dann natürlich von der kompakten Faltbarkeit nichts mitnehmen. Auf der anderen Seite kann man natürlich falten, fallen lassen oder falten und einfach so, wie er ist, in die Tasche stecken. Das tut er auch. Ich meine, das Ding ist jetzt, er ist robust verarbeitet. Also es macht mir einen ordentlichen Eindruck. und ich benutze das Gerät tatsächlich sehr, sehr gerne. Er hat eine Sache, die viele nicht so einfach zugänglich haben. Er hat eine eigene Bluetooth-Taste, wo ich einen in den Kopplungsmodus versetzen kann, weil, und das ist so ein bisschen ein Nachteil, was halt die meisten momentan immer noch nicht machen, ich kann ihn nicht mit mehr als einem Gerät sinnvoll koppeln. Also da gibt es irgendwie nur Plantronics, die das halt können, von denen ich es jetzt zumindest weiß, dass sie Multipoint machen. Und das heißt, wenn ich zwischen Mac und iPhone wechseln möchte, muss ich halt ein bisschen länger auf die Bluetooth-Taste drücken, dann nochmal verbinden und dann ist auch gut. so ein, zwei, sie machen so ein, zwei Bingo-Geschichten, da schreiben sie halt rein, da keine Ahnung, inwiefern das realistisch ist. Also sie haben irgendwie eine belüftete Rückraumkammer, dass der mehr klingt wie ein offener Kopfhörer. Er klingt ordentlich. Der macht Lärm, wenn man lärmen möchte. Er ist sehr, sehr, er ist, es gibt so feine Geschichten, wie zum Beispiel Anfang von Thriller, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, wieder klicken, diese ganzen Klickgeräusche sind sehr von, von meine Playlist, Massive Attack, Name dieses Songs hier einsetzen, ich komme gerade nicht drauf. Alles sehr, sehr klar und ich habe zum Beispiel in meiner, ich habe es eine Headphone-Playlist, die ich gerade wieder ein bisschen erweitert habe, so ein paar Sachen, die noch ein bisschen abgefahrener sind, wo man ein bisschen mehr hört, gibt da halt alles sehr, sehr sauber wieder und das fand ich tatsächlich sehr schön, weil bei dem anderen Kopfhörer hört man da ab und zu schon ein bisschen Zerren, macht auch ARC-Codec, was mit dem iPhone gerade wichtig ist, mit dem Mac macht er auch ARC, wenn ich das richtig verstehe, macht er auch Abtex, wenn das Gerät das halt kann, weil fast alle anderen Geräte von Teufel machen auch Abtex. Der kommt auch noch in einer Version mit Noise-Canceling, mit jeweils zwei, Mikrofonen, die die Umgebungsgeräusche nochmal vernünftig abnehmen. Der ohne kostet 170, der mitkostet 60 Euro mehr. Genau, den hatte ich noch nicht, der ist noch nicht lieferbar. Ich bekomme den noch, sobald der lieferbar ist, dann kann ich da mehr dazu sagen. Ich nehme mal an, dadurch, dass wir ein Mikrofon mehr haben, ist das Noise-Canceling besser als vom Mute, weil vom Mute war ich nicht so überzeugt, was das Noise-Canceling anging. Also Teufel hatte auch den Mute. Der, also der Reel hingegen, der ist einfach ein sehr ordentlicher Kopfhörer, wenn man Musik hören möchte und wenn einem Noise-Canceling entweder egal ist oder ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der sagt, der kommt mit Noise-Canceling nicht zurecht und dafür ist er wirklich, er trägt sich wahnsinnig angenehm, also das finde ich tatsächlich wirklich erstaunlich. Wir haben jetzt leider keine 30 Grad mehr, um mal festzustellen, wie die Ohrpolster sich so verhalten, das ist so Kunstleder, wie die Ohrpolster sich verhalten, wenn es draußen wirklich schweineheiß ist, weil da werden sie schnell mal unangenehm, aber sonst ein sehr angenehmes Ding. Er hat eine Touch-Bedienung auf der rechten Ohrmuschel, so wie der Sony das zum Beispiel auch hat. Die ist nicht so gut wie die vom Sony. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, also es ist auch so ein virtuelles Kreuz und in der Mitte ist der Play-Pause-Button, man kann Siri damit auslösen. Man kann das benutzen, es ist, also wie gesagt, es ist nicht so hundertprozentig perfekt wie die vom Sony. Die vom Sony ist wirklich, das ist die beste Touch-Bedienung, die ich in meinem Leben gesehen habe an einem Kopfhörer. Im Vergleich ist die nicht so gut. Die ist okay. Also das ist eine okaye Touch-Bedienung, die gewinnt jetzt sicher nicht den goldenen Touch-Preis des Jahrtausends, den hat Sony gewonnen. Aber sonst für 170 Euro ein gut klingender Kopfhörer, mit dem man sehr gut Musik hören kann, wie ich finde. Der QC35, der bewegt sich so ein bisschen auf die 200-Euro-Marke zu, hier und da. Und damit ist er halt auch nochmal in der ganzen Vergleicherei ziemlich weit vorne. Der war halt lange jetzt sehr teuer. Genau. Und wenn der aber so Richtung 200, 220, 330 geht, dann kann man dem wahrscheinlich mit dem Noise-Canceling nichts vormachen. Definitiv. Also das hatte ich damals auch gesagt, das QC35 Noise-Canceling ist einen Tacken besser als das vom Sony. Der Sony hat ein bisschen mehr Spielereien. Also zum Beispiel diese Sachen mit, ich lasse Sachen von außen durch, ich halte die Hand drauf und der geht kurz auf. Die Steuerung am Sony ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Also wenn du vor und zurück springen willst, der QC35 hat eine Sache durch ein Firmware-Update hinzugekommen. Man kann jetzt über die Bose-App das Noise-Canceling abschalten. Das ging nämlich früher nicht. Also ohne, man musste ihn ausschalten, da war er nur noch passiv über Kabel betreibbar und dann klingt er natürlich nicht mehr so. Mit der aktuellen Firmware kann man jetzt auch das Noise-Canceling ausschalten und dann hat man einfach einen Kopfhörer, der trotzdem immer noch gut klingt. Und das war halt einer der größten Kritikpunkte, die ich am QC35 habe und diesen Punkt gibt es nicht mehr. Also wer jetzt sagt, ich hätte trotzdem gerne Noise-Canceling, der sollte entweder warten, wie der Mute-NC aussieht, ob der Real-NC aussieht, ob man Real-Blue-NC, ob man den möchte. Wer das beste Noise-Canceling auf dem Markt haben möchte, der kann sich jetzt sehr, sehr günstig den QC35 schießen. Der 1000X, der ist auch gerade so auf Talfahrt. Da hatten wir, also wie gesagt, das ist nach wie vor mein Lieblings-Kopfhörer an der Stelle. Da hatten wir das Problem, dass oftmals die Scharniere knarzen. Da ist auch so ein bisschen Glück gefragt. Ich habe das bei mir relativ gut in den Griff bekommen mit Talcumspray. Es gibt, kannst du für 4 Euro kaufen, irgendwie so eine kleine Sprühdose mit Talcumspray, dieses weiße Zeug, was du dir auch nochmal auf die Finger machst. Und damit habe ich die kompletten Scharniere bearbeitet. Man sieht jetzt so ein bisschen innen, dass halt jetzt plötzlich weiße Schlieren drin sind. Da kann ich mit leben. Und dafür knarzt der halt so gut wie nicht mehr. Es sind verschiedene Preisregionen. Also den Sony, der zahlt es immer noch 250. Für den QC35 ist es ein bisschen billiger geworden, dadurch, dass es da einen Nachfolger von gibt. Hier 169 Euro. Direkt bei Teufel. Kommt halt immer drauf an, was man haben möchte. Und Teufel sagt, bei dem zum Beispiel geeignet für Brillenträger, das kannst du dann nochmal ausprobieren, ob das was ist. Und du bist ja da eh, nochmal hast du eh nochmal eine andere Kopfform, als ich das jetzt habe. Da ist es tatsächlich nochmal spannend, wie ist das für jemanden, der da anders funktioniert. Also ich benutze den jetzt seit zwei Wochen exklusiv statt dem Sony und ich bin da echt sehr zufrieden mit. Jo. Wir lenken all diese Dinge nochmal. Wir bräuchten mal so eine Übersicht über die ganzen Kopfhörer. Ja, ich weiß. Das Schöne ist, ich habe da nachher vor eine Excel-Tabelle und die alle drinstehen und ich wollte die einfach mal in einen Blogpost übertragen, weil ich habe ja so, es gibt so verschiedene Dinge, die die Plus und Minus bei den Kopfhörern haben und ich müsste mir mal Zeit nehmen dafür. Ja, das müsste mal jemand in unser fantastisches CMS einbauen. Oh ne, warte, das WordPress geht nicht. Ich habe da ja so einen Blog bei so einem Sponsor und da könnte ich das einfach reingießen und dann ist es halt auf meinem Blog, da müssen wir es halt verlinken. Aber dazu müsste ich es halt mal machen. Ja, aber Kopfhörer, die Auswahl ist relativ enorm inzwischen. Und die wird halt auch mal größer. Und haben wir auch vor einem Jahr beim Baumfest gesagt, man kriegt auch für sehr wenig Geld, was ganz okay ist. Ja, du kannst halt echt nicht mehr so viel falsch machen. Kollege hat sich halt gerade irgendwie für 40 Euro so completely wireless gekauft, weißt du, die wirklich nur noch zwei Stöpsel sind. Er sagt halt auch, das ist nicht das Geilste, was du kaufen kannst. Aber für 40 Euro ist das echt in Ordnung. Andererseits habe ich auf der IFA ein paar Skullcandy in die Hand gedrückt bekommen. Das sind die ersten Kopfhörer, die mir ernsthaft Schmerzen bereiten durch den Klang. Das ist so unangenehm für Sprache. Also da kannst du keinen Podcast mithören. Die optimieren natürlich auf andere Dinge hin, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel der Crusher von Skullcandy, der ist natürlich irgendwie davon ausgelegt, dass dir der Bass der Musik, die du hörst, irgendwie die Balls crushed. Und das kriegen sie gut hin. Also das muss man ihnen schon mal lassen. Ich behaupte mal, wir sind da die falsche Zielgruppe für. Also wir wollen halt Musik hören und nicht Mist. Das waren die hier Inked Wireless, waren das? Kommt halt aufs Teller raus. Die haben so ein Schulterband, was ganz nett ist eigentlich, weil du legst dir halt den Elektronikteil an so einem Plastikding auf die Schultern und hast dann nur gewichtslose Earbuds drin. Und wie es mir tut, dann kaufst du dir Beats X, die machen das genauso. Oder wenn du halt keine Beats möchtest, Jabra Halo Smart, der macht tatsächlich noch ein bisschen mehr Business-Geschichten und ist dafür aber echt ein sehr, sehr ordentlicher Kopfhörer. Und die klingen halt beide nicht nach Tritt in die Weichteile. was nicht so unwichtig ist. Gut.